Frau Merkel, wir treten an. Wir treten an bei der Bundestagswahl 2021. Wir haben im April 2020 Widerstand 2020 gegründet. Und Widerstand 2020 ist eine so unglaubliche Erfolgsgeschichte, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zwar sind wir irgendwann, weil wir so viel Erfolg hatten, weil so viele Leute bei uns Mitglied werden wollten, haben wir nicht weitermachen können, weil das uns alle völlig überfordert hat. Aber die Menschen, die damit dazugekommen sind und angefangen haben, die haben angefangen kleine Parteien zu gründen. Es gibt jetzt glaube ich 20 Parteien, die sich aus Widerstand 2020 gegründet haben. Und diese Parteien, alle diese Parteien werden mit ganz vielen anderen kleinen Parteien sich zusammentun und werden zu dieser Bundestagswahl antreten. Bye. Und diese Parteien. BRUTIN Vielen Dank.